Hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe ihr habt alle meine sieben Videos zum Thema Raten, Beraten und Empfehlen angeschaut, denn ich habe genau neun falsche Sätze vorbereitet und wir machen uns auf die Suche nach Fehlern. Ihr müsst entscheiden, was ist in den Sätzen falsch und dann zeige ich euch den richtigen Satz und wir besprechen zusammen, also ich bespreche und ihr hört zu, warum der Satz falsch war und wie man ihn richtig sagen kann. Okay? Also wir machen, warum sage ich immer wir machen gleich los? Wir legen los oder wir fangen an oder wir beginnen. So, also von mir kann man auch viele falsche Sachen lernen. Ich habe die Kärtchen neu designt, also sehr kompliziertes System, schaut mal, hier steht ein F für falsch, Magic und ja hier steht die Nummer, damit wenn ich dann Fotos machen von den Kärtchen, damit ihr auf der anderen Seite seht, da steht ein R für richtig, ein grünes R und ein pinkfarbenes F. So, wir sollten R von dieses Plan abgeraten. In diesem Satz sind viele Sachen falsch. Also, abraten jemandem von etwas, Dativ und dann nochmal Dativ. Das heißt, wir, außerdem ist es der Plan, also wir sollten nicht er, sondern er in Dativ heißt ihm, dann nochmal Dativ von, der Plan, von diesem Plan und dann nicht abgeraten. Abgeraten ist Partizip 2, das brauchen wir gar nicht. Wir sollten, Modalverb und dann kommt ein Infinitiv, wir sollten ihm von diesem Plan abraten. Also wenn er, ich weiß es nicht, seiner Frau zum Geburtstag, nein, seiner Frau einen Hai zum Geburtstag schenken möchte, Hai, Shark, Akua, dann sollten wir sagen, das ist vielleicht keine so gute Idee, macht es nicht. Wir sollten ihm von diesem Plan abraten. So, weiter. Ich möchte dir geratet, weniger zu rauchen. Ja. Raten, das war so ein ähnliches Wort wie empfehlen. Raten riet geraten. Ich möchte, als sein Modalverb, nach dem Modalverb benutzen wir ein Infinitiv. Also, ich möchte dir raten, weniger zu rauchen. So einfach ist das schon. And next one, das nächste. Er hat mich empfiehlt, in zwei Wochen nochmal anzurufen. So, empfehlen, welchen Kasus benutzen wir. Das ist nicht Akkusativ, das ist Dativ. Er hat mir und dann wie ist die dritte Form von empfehlen. Empfehlen, empfahl, empfohlen. Also, er hat mir empfohlen und der Rest ist richtig, in zwei Wochen nochmal anzurufen. So sieht es aus, wenn es richtig ist, deswegen steht ein R auf dem Kärtchen. So, next one. Wir könnten die Ratte für unseren Kredit in diesem Monat nicht pünktlich bezahlen. Oh oh, das ist dieser Fehler, von dem ich gesprochen habe. Bei der Bank, wenn es bei der Bank Ratten gibt, geht nicht zu dieser Bank. Ratten sind Tiere, die aussehen wie große Mäuse. Ratten gibt es in ungemütlichen Orten, wie Kellern und alten Häusern und auf Müll halten und so weiter. Ich habe mal auf einem Spielplatz Ratten gesehen, das war nicht so schön. Auf jeden Fall, das was hier gemeint ist, ist die Rate. Also, wir können die Rate für unseren Kredit in diesem Monat nicht bezahlen. Die Rate ist, wenn ich einen Kredit bei der Bank aufgenommen habe und ich brauche meine 5000 Euro und ich zahle logischerweise nicht alle 5000 Euro auf einmal, sonst wäre es kein Kredit, sondern ich zahle jeden Monat eine bestimmte Summe, zum Beispiel 100 Euro, 200 Euro, ich weiß es nicht und das ist die Rate. Und die Rate ist, wenn man eine Ratte sieht, dann nimmt man normalerweise einen Schuh und wirft ihn. Es ist nicht besonders tierfreundlich, aber sogar ich als meistens Veganerin mag Ratten nicht besonders. Also, wenn ich irgendwo auf der Straße eine Ratte sehe, dann mache ich ein und springe irgendwo hoch. Genau. So, ich glaube, ich muss hier einen Cut machen und es gibt noch ein Video mit anderen Fehlern. Wir sehen uns gleich.